Und wir sind zurück, Leute, bei Super Mario Maker 2. Wir werden jetzt uns weiter, ähm, hier in den beliebten Leveln einmal rumschlagen. Äh, wir werden jetzt, äh, ein Speedrun-Level zum Anfang machen. Speedrun in the castle, 20 seconds. Let's follow the coin. Äh, the coin oder the coins. Hoffen wir mal das Beste, dass dieser Speedrun nicht scheiße wird. So, auf geht's. Okay. Ja, das hat, das war ja easy. Erstes Level geschafft, das Speedrun-Level war aber geil. Aber das kriegt kein Gut, dafür war es dann doch einen Ticken zu leicht mit zu vielen Coins. Äh, das war okay. Das war okay. So, da hatten wir einen guten Start rein. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Links Target Practice. Link is doing Target Practice. Use ZR to shoot arrows as Link. Von Little Eric. Wir gucken mal rein. Mal schauen, was das ist. So, das war perfekt. Ha, das war, das war easy. Aber die Mucke ist geil. Ah, du misset, Alter. Nice. Ach so, ich muss alle drei treffen. So, perfekt. Das war auch sehr leicht. Das wird nicht so leicht. Ticken zurück. Ich muss hier stehen. Doch, das wird sehr leicht. Wenn man sich einmal richtig hingestellt hat, dann geht das voll klar. Alter, wie viel hält der denn aus, Brudi? Na, jetzt verreck doch mal. Geht doch. So, gehen wir. So, das war auch easy. Oh Gott, was? So, das war Nummer eins. Ach so, ich habe den Schlüssel schon. Nice. Oh, ich liebe die Mucke, ne? So, gehen wir rein. Und geschafft. Das war ein nicest Level. Fand ich sehr cool. Ach ja, ich liebe die Level mit Link, Leute. Ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach. Krass. Keep running. Nee. Das wäre ein Automatik-Level. Infernal Garden. Infestation. Kaizolite Platforming with two Checkpoints. Kaizolite Level sind nämlich nicht meine Stärke. Dabei war das noch einfach. Wieso verkacke ich hier jetzt? Eben bin ich doch auch rübergekommen. Was ist denn los mit mir? Oh nein, das versuche ich erst gar nicht. Ich weiß, was wir hier machen müssen. Ach, man muss auf den Lappen da springen. Oh Gott, what? Ich hatte den völlig falschen Ansatz. Ich dachte, man muss auf den Panzer jumpen. Ich hasse Kaizo-Level. Na. Ach, manno. Komm, wir versuchen das noch bis maximal 10 Minuten. Und dann hängen wir hier auf. Ach, komm, Budi Mario, Alter. Mario ist so ein richtiger Fettsack. Ah, Mann. Schon wieder genau denselben Fehler gemacht. Kaizo-Mario-Platforming-Scheiße, Alter. Uff. Na. Nee, komm. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist mir zu blöd. Privat würde ich das bestimmt weiterspielen. Aber für ein Let's Play jetzt wie jetzt vollkommen ungeeignet. Wir gucken mal rein. Ich hoffe, das ist nicht so ein Kaizo-Mario-Scheiß-Dreck. Ja, ja. Das war fies. Und da kann man rein. Das werde ich mit Sicherheit nicht riskieren für ein Warn-Up, Diggi. Du misset, Alter. What? Da wollte er mich erschrecken. Ja. Okay. Hier kann man auch nicht rein. So, bis hier haben wir es geschafft. Das ging ja eigentlich noch voll klar. Kann man hier rein? Yes. Das ist für, ähm... Ihr wisst schon. Endlose Herausforderung, die Pilze. Die brauchen wir jetzt persönlich nicht. So, okay. Und geschafft. Das war ja leicht. Das war besser als diese Kaizo-Mario-Drecksscheiße, Alter. So, beenden. Links-Adventure. 11% haben das abgeschlossen. Scheint ein bisschen härter zu sein, aber 11% sind eigentlich immer okay. So, dann... Okay. So weit, so gut. Nice. Und perfekt. Ach so, deswegen da oben die Bombe, weil man hier eine Bombe hinwerfen soll. Alles klar. Okay. Das war's mit Marios Adventure. Und da oben wäre ein Checkpoint gewesen. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich so hart. Jetzt dürfen wir diese ganze Kacke hier nochmal machen. Dreckiger Pisser, Alter. Das ist ja jetzt wieder extrem nervig. Okay. Let's go. Wirtschaften. Nice. Endlich. Rein in die Tür. So, was kommt jetzt? So, das war schon mal sehr, sehr easy. Oh, Vorsicht. Ha. Nice, du Lappen. Und jetzt? Oh, nein. Ich hätte hier... Oh, Gott. Was? Okay. Nur, dass wir uns da verstehen. Ich war richtig dumm, Alter. So. Nein Mario! Och mann. Ich hasse Mario Leute, ich hasse ihn. Oh Gott, Mario stinkt. Link ist so viel besser. Meine Fresse. So, perfekt. Diesmal haben wir's. So, nice. Geschafft. Geil. Tja, verkackt Kumpel, ne? So, und hier rein. Tja, so einfach kann's gehen. Einmal die Bombe hier reinwerfen. So. Vorsicht. Oh, easy. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Na, ach komm, wirklich? Dieses Level macht mich gerade so wahnsinnig. So, dann einmal wieder durch diese Tür. Würde gern auch noch die letzte Münze haben wollen, wie vorhin auch. Ah, so hätt man's von Anfang an machen müssen, ich trottel, alter, uff. Gut gemacht, Link. Nice! Oh, ich hätt's mir viel leichter machen können, das Level. Das war echt ne gute Idee, aber ich bin halt ein richtig, richtig dämlicher Vollidiot. So, was haben wir noch? Links Archery Challenge, schon wieder. Haben wir schon Undertaste Run? Nee. Speedrun 6. Wir machen nochmal ein Speedrun Level, weil so viel Zeit haben wir im Part gar nicht mehr. Jetzt noch ein großes Level anzufangen. Mh, mh, mh. Habe ich gut verkackt. Wow, das wird ne geiles Speedrun Level. Mal gucken, ob wir das schaffen. Okay, nice Ach komm Mario, jump doch Diggi Was ist denn ein Problem? Nice Sehr geile Speedrun Levels, sowas hätte ich gerne mehr Die sind wirklich richtig cool, wo man sich auch ein bisschen Mühe geben muss Die sind richtig, richtig nice Gar keine Frage, richtig, richtig geil Haben wir sonst noch irgendwas? Boss Battle with Link Kami Kaizo, ja fuck it Keine Kaizo Level Snowy Speed, 20 seconds Wir hauen jetzt in den Das wird jetzt das Sorry for the reupload Okay Ich glaube, wir könnten den schon haben, oder? Könnten wir Na, das wird nichts mehr Das wird nichts mehr Ich bin so dumm, Alter Was war das denn? Wir hatten den Safe noch nicht Und geschafft Nice Ich war so schnell wie der Weltrekord, Alter Okay, geil So, Video Game Music Quiz 2 Wisdom Comes Haben wir noch ein Speedrun Level, den ich hier schnell The Link Race Speedrun Ja, nice It's time for Link to do Speedrun Okay Erreiche das Ziel als Link Das wird witzig Nice Geschafft War ein geiler Speedrun mit Link Hat mir sehr gut gefallen Das hätte natürlich noch schneller gegangen Ich hab ein, zwei Sekunden verloren Aber Nicht so schlimm Aber den Part beende ich hier an dieser Stelle Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen Liked dieses Video Und abonniert den Kanal für mehr Mario Maker Oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt Genießt euren Tag Und Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part wieder Bis dann Tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017